Sack-Bicke-Runde ins Fortnite weil ich viel zu schlecht bin für die Welt und scheisse 500 Euro ist genau so werde ich heute jetzt aus dem Auto kriegen Nein, ich hab keinen Ballpass und ich hab keine Freunde hier da, 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 oh immer noch wir haben ein zuschauer blatt wird auf tasse besuchen kann also er ist ein russer den ross ein karri denn den typen kenne ich nicht und da ist ja was schönes neben den trifft da unten runter guck mal wieder skydiver da hinten im hintergrund ist ich möchte dass wir kommst du stück schweißen ja ich weiß kawi ganas war ich habe nichts gesagt ich habe kugelte la platt Wenn die meisten jetzt gut aufgepasst haben und nicht, wie wir das kennen, wissen die, was ich vorgezeichnet habe, mit den Markierungen. Ping ist auch mal wieder geil, ne? Es kommt doch ab! Schmekt! Ähm, was geht? Ähm, da ist alles gut. Oh riyor! Oh rühr! Ich bin so von schaust. Was ist das? also auf jeden fall war das immerhin schnell dediziert und frage nach one b one ich könnte noch eine party ich habe eine freundschaft der salami ok wo ist steven da ich bitte nie kraft ich werde die nummer ein schrei ich auch nicht anschreiben zwei schulen zu scherze könnte man bitte kontakt schreiben dann weiß ich nicht nimm an herr was sie gerne mal anruf oder war ja ich bin im live stream ich nehme da nicht an und was für die mann f.a. ich habe keine Ahnung das war zu den Diggeren an mein Handy hat kein Akku mehr was ich mich anrufen möchte das kann doch mal eine ruhe aber schütze ich möchte Stimmt, Stimmt, Stimmt. Nein! Nein! Jürghe! Es ist noch ein Rumpf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, warte mal, ich gehe in einen Rund. Oh, warte mal, ich gehe in einen Rund. Oh, warte mal, warum? Oh, warte mal. Okay. Oh, warte mal, ich gehe in einen Rund. Okay.